Wenn noch weitere Fragen sein sollten, lasst einen Kommentar da. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut ran! Auf Wiedersehen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Yay! Und mein Bildschirm ist schon wieder schwarz. Super! Erstmal starten. Mein Punkt. So. Oh, fach, bin ich schon wieder spannend gewesen, weil dieses gleich wieder laufen, so. So, fertig. Äh, übrigens noch. Okay. Hashtag. Hi. Aha. Ah, na. Jetzt gibt's noch einen Läden unter fünf Lärchen. Also. So, gut. Also heute ist mein Sektion, das heißt, dass ich heute meine letzten paar Live-Streams anschaue. Das ist mein Sektion, wie ich das mit ihr Essen bekomme. Das heißt, das ist eigentlich schon ein Kantal. Aber ich nenne mich jetzt nicht mein richtiger Kanal, den heute mein Sektion jetzt nur so. Wenn man jetzt nicht testen kann mit den Live-Streams, mit den ganzen richtigen Kanalverkacke. So. Egal. Ich muss mir eh schon verstehen, aber... Ja. So. Jetzt sagen wir doch schon erstmal unserem Gegner. Okay, nee, warte. Ich brauche lieber mein Sektion. Ich brauche lieber mein Sektion. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Naja. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Das heißt, ich kann jetzt verspringen. Aber auf einmal geht's nicht. Okay. So, dann schließt mich schon alles. Und dann schließt mich schon alles. Du Arsch! Wie soll ich da doch mal aufpassen? Oh ne, Kollege. Ja! Ich kann nicht der... Ich kann nicht der so tippen. about das nicht. Wie soll ich das? Okay, ich kann nicht. Und dann noch nur schwarze Bildchen. Gleich muss es gehen. Gut, jetzt gehts. Was? Das habe ich vollkommen automatisiert und es leckte. Oh, das ist aber egal. Aber naja, das werde ich im nächsten Fall vielleicht gelesen, weil das ist jetzt nicht so gut. Es ist so gut, dass wir gerade noch einen anderen Laptop zu tun. Das heißt, wenn ich den Echten habe, dann könnt ihr euch vielleicht auch Wetteres machen. Aber nein. Das ist jetzt eigentlich nur ein Testschild. Das heißt, ihr könnt eigentlich nur wissen, wie man einen Stream of KT macht. Das heißt, so viel ist das eigentlich auch der mittlere Stream. Das heißt, der wird nicht lang laufen. Das ist eigentlich nur ein Testschild noch. Und ihr habt, was ihr gehört vielleicht, mit der Maus so viel geschlickt. Aber der hat den KT nicht aufgenommen. Und der hat schon mal seine Base und baut richtig schon mal zu. Das ist okay. Wie? Das ist nur ein Minecraft-Spiel zu klein. Die ja. Ja, so tippt. Nee, das ist ein Hacker. Vollkommener Hacker. Ich meine, der hätte mal weggeführt. Dreck. Ja, und dann hätte er mich noch getötet. Und noch Fahrzeugstellen. Ja, genau, du kleiner Wichser. Ech. 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 Gut, kannst du dann mit dem Spiel spielen? Vielleicht zum nächsten? Ja! Genau, das ist ja. Wir